Dann auf der Band 3 der Deutschen Jährungsweste in 50,47 Sekunden, der 4. der Union-Weltmeisterschaften von der EP-Nike Berlin, Frank Königsmann. Auf der Band 4 der 5. der Union-Weltmeisterschaften des Vorjahres, Michael Rufmeister vom TSV Blatt-Leh. Auf Waffen, das ist Christian Rufmeister vom TSV Hagen 1860. Dann die Band 6. Andreas Bré und TV-Kenten. Auf der Band 7. Daniel Bürg, die EP-TV-Einheit. Und die Band 8. Hannes Laudier, SC Neubanko. Das ist der erste Vorjahres von 400 Meter Hürde, wenn nicht die Jürgen-Weltmeister. Das ist ein Video. Das ist ein Video. Das ist ein Video. Das ist der erste Vorlauf hier, damit er wirklich Juge da ist. Und auf der Ball 3, das ist der 4. von Monten von den New York Filmmeisterschaften. Fachkönigsmart von der United Berlin. Der Favoritier über die 400 Liter Hürden, der Mensch Juge da. Jetzt auf den Ziel geraten, Fachkönigsmart. Dann auf der Ball 6, das ist der 1. von neben dem Team verkehrt. Und Fachkönigsmart im Ziel nach 52,1 Sekunden.